und herzlich willkommen zurück ich bin am start mit virus wischen und nerfie unserer ww gc hallo hallo virus mann seid ihr warm das war absicht ich dachte da kommt noch was hinterher er hat so fahrt abgebrochen das hat sich so angehört als ob da doch irgendwas käme und dann ist er einfach ruhig das sagt er ganz trocken er ist überlegen kommt da noch was nein doch ein ladebildschirm kann der bilde hat ich komme gleich zu dir jetzt rechts von uns ist noch ein gen ist es michael ja hat gerade daneben geschlagen hier links von uns ist der andere gen ja ok dann gucken wir erstmal in die box rein ich habe noch eine ich habe eine erhofft mich aufzuladen aber nicht so schlimm dann lasse ich mich lieber schnetzel bevor du dich auflädst ja kürze du bist auch immer der erste ja ich weiß habt ihr noch kein schnitzel doch ein hat der ist weg von mir und jagt den anderen ja ok jagt den anderen reicht mir schon ich mache jetzt sind wir bei mir und geht zu den zwei leuten die was am gen hocken hier ist nur einer am gen dann geht er halt nicht einfach er jagt mich er jagt wie groß jetzt da war ne palette komm crazy erstmal weg hier aber sowas von weit weg ich habe extra ein schlag abgeblockt ich bin nicht in der nähe ich muss jetzt nicht ob du hinter mir bist oder ob er hinter mir ist ja ich bin auf der anderen seite der menge er geht in den keller er geht in den keller ne doch nicht er steht noch oben er jetzt geht er in den keller ich bin zu weit weg guck doch mal ich hätte schon längst stehen können Oh ich hab mich wahrscheinlich auch in den keller Ich habe das Kruppelkuscheln. Ja, kommt doch. Wo ist das Rennen? Da. Kratsch, tut. Bei mir ist eine gute Verbandskiste, wenn wer will. Nein, das ist gut rot. Ich weiß, aber eine gute Verbandskiste liegt bei meinem Toten. Dann geht das Heiligencalf fünfmal schneller. Mal gucken, was der Virus macht. Chillt bei einem gelben Truck. Nerf ist abonniert hart. Wo bist du gestorben? Da. Ja. Es hat Winnie. Ja, Schi, wo bist du? Ich sabotier gerade einen Haken. Mach Generator, das heißt doch die Schulenhaken. Ich brauche Punkte. Wir brauchen doch zwei Generatoren. Ja, doch das schon. Ja, ist so. Hast du deine Nähe oder bist du auf der anderen Seite der Menn? Ich mach gerade einen Generator. Ich bin nicht in der Nähe. Nein, hier ist ein Virus, du bist am nächsten. Wo ist der Killer? In welche Richtung ist er gelaufen? Keine Ahnung. Wenn ich den Killer sehe, dann geht es raus. Generator knallt, lass mal gucken, was zu mir kommt. Hol Winnie runter. Was hat das Michael da auch noch? Ach, dahinten ist er. Ich hab' gesehen. Generator fast fertig. Ich mach dir das noch fertig. Nein. Ach man ey, in der letzten Sekunde muss ich nochmal knallen lassen, ne? Ich Idiot. Da muss unbedingt nochmal so ein Ding kommen, ey. Ach, weil jetzt bei mir von dieser Kante da hängt ganz ehrlich, ey. Scheiße, das ist doch nicht so viele Haken an der Nähe, weil. Wickel dich los. Wickel dich los. Nein, nein, nein. Ach man, Alter. Muss schneller weggehen. Das ist ein Millimeter. Ja, muss dich schneller weggehen. Spam die Darsten wie es. Info. Weg, oder? Er geht in deine Richtung. Ist das Virus? Oh, hat er mich doch gesehen. Hat er mich doch noch gesehen. Und mich fragt er, warum ich stehe im Bleib. Hi! Er rennt ihm in seine Arme. Ja, ist... Kommt der andere nicht zu dir, Nerfi? Ne. Doch, jetzt. Jetzt kommt er. Er kommt schon. Er kommt zu dir. Ja, war so klar. Ja, aber du hast dich fast tot. Was soll ich bitte kloppen, wenn ich tot bin? Hör doch auf mit der Scheiße. Ein kompetenter Kerl und er lässt sich sterben. Rechts von mir war der Generator fast fertig, ne? Ich weiß. Da saß ich vorhin dran und du wieder hast es knallen lassen. Wie, Virus, er hat dich gesehen. Ja, nee, er hat mich nicht gesehen, er hat mich gehört. Das ist ein Unterschied. Ja, dann stöhnt nichts herum wie ein Wahnsinniger. Bist du jetzt mal ruhig, oder was, ey? Ja, frisst du Penner. Mach mal Ringe, 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 Rai, ja. Giovanna, G.B. Jetzt bleibt er auch wieder hängen. Wie auch hängt er? Fass. Jetzt hat er dich. Ja, hat er dich. Was, guck mal, ey, wie der so zwei Meter nach dem Fenster mit seinem 50 langen Meter Messerknie ist. Ja, da hat er... Ja, der hat echt ein langes Messerchen. Das macht der also da hinten. Kann der ja kein Generator machen, aber das ist ein Vollidiot, ey. Der dance mit dem Baum, glaube ich, gerade. Der dance. Der dance mit dem Baumschmuser. Ja, der ist ein Baumschmuser. Der macht dance-moves mit dem Baum. Ja, komm doch da hinten, du Idiot! Ach ja, jetzt ist er wieder da. Ja, ist echt. Das ist klar, dass ich jetzt abpucke jetzt hier. Da ist es doch ein Generator. Ja, wenn man dem irgendwie sagen könnte, dass man das an Jen machen soll, ne? Das rennt doch, du Lump, ey! Ah, ist ein Zyklopenkind, ey! Ist ein Zyklopenkind! Ist ein Jag-Virus! Äh, der soll jetzt einen Generator machen, der Idiot. Mann, schon wieder! Du verdammt mit deinem Drecksmesser, ey! Ah, du niederträchtiges, kleines, geschlechtliches, abgesünschtes, blödes Kind. Ja, das ist ein Mikey. Seid er, du Sohn, einer verlorenen Sons, äh! Anstatt, dass er jetzt den Generator fertig macht, ne? Weil, der Idiot steht sowieso. Ist so doof! Er steht da da rum. Er sollte lieber eine Luke suchen. Wirklich, helle ist er echt nicht. Blöde, die Kautschuk. So, Winnie-Buh. Schmust du jetzt den Schrott ab, oder? Ich hab' dir jetzt so lange hingehalten, ey, ne? Erste und zweite Mal, so ein bisschen. Jetzt schon lange, die haben noch zwei Generatoren zugeziehen können. Vollnudel, ey. Jetzt ist er auf der Seite, der Möck muss auf die Hedge. Hoffentlich kriegt er dich, ey. Da ist Jan, der, was festfertig ist. Ja, mach deinen Jan fertig. Dein Ernst jetzt? Du? Ja, es gibt Gerechtigkeit. Er hat nicht gesehen, er hat den gesehen. Boah, der kann gut gucken. Ehrlichkeit auf 3.000. Bestimmt. Nee, der lernt schon mit, der kleiner Killer. Ja, ja, die Scheiße, die... Oh, der war gut, der war gut. Hau ab, der bleibt einfach hängen, ey. Spiele ein, spiele ein, spiele ein, mitten her. Genauso funktioniert das aber. Sollst die Killer hin und irgendwann hat er keinen Bock mehr. Ja? Na ja, das ist der Letzte, der wird ja immer Bock haben. Das geht nicht, er muss... Warum hat... Aber... Ja, Tracy, da... Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's an Medikid gesehen, ne? Ja, hab ich auch. Ja, das war knapp. Das war knapp, mein Freund. Zucht auf die Edge, die G. Edge schon maximale Punkte. Ich weiß. links rein rein da und jumpy bei dem hat das mit links funktioniert ich habe nicht das war's doch mal wieder leute bis zum nächsten mal du 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 duu